Hast du für die Prüfung gelernt? Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme. Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. Wie war dein Test? Wie war dein Test? Obwohl ich gelernt habe, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Ich konnte die Prüfung bestehen, weil ich dafür gelernt habe. Ich konnte die Prüfung bestehen, weil ich dafür gelernt habe. Wie ist Tommy? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Was machte Tommy in der Schule? Was machte Tommy in der Schule? Er spielte Ball im Garten. Er spielte Ball im Garten. Er lernte im Unterricht. Er lernte im Unterricht. Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Ja, das sieht man in jedem Werk. Ja, das sieht man in jedem Werk. Wohneinheit Wohneinheit Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Um wieviel Uhr beginnt das Treffen? Das Treffen wurde verschoben. Das Treffen wurde verschoben. Wurde es heute abgesagt? Wurde es heute abgesagt? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich lebe in London. Ich lebe in London. Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Ich muss dringend gehen. Ich muss dringend gehen. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Dieses Projekt wurde abgebrochen. Dieses Projekt wurde abgebrochen. Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Ja. Kannst du mich nach Hause bringen? Ja. Kannst du mich nach Hause bringen? Nein. Vielen Dank. Nein. Vielen Dank. Wie werden Sie diese Situation lösen? Wie werden Sie diese Situation lösen? Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? 30 Dollar 30 Dollar 30 Dollar Alles für 20 Lira Alles für 20 Lira Alles für 20 Lira Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Nein. Alles funktioniert. Nein. Alles funktioniert. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Wann ist dein Geburtstag? Wann ist dein Geburtstag? Mein Geburtstag ist der 20. Juni Mein Geburtstag ist der 20. Juni Mein Geburtstag ist der 5. Juli Mein Geburtstag ist der 5. Juli Wie lange wirst du arbeiten? Wie lange wirst du arbeiten? Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Willst du dieses Mädchen heiraten? Ja, ich liebe ihn sehr. Ja, ich liebe ihn sehr. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Der Name meiner Mutter ist Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Wann gehst du aus? Wann gehst du aus? Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Ich werde nach der Arbeit gehen. Mit wem lebst du zusammen? Mit wem lebst du zusammen? Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Mutter. Ich lebe mit meiner Mutter. Habe ich es richtig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben. Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Haben Sie irgendwelche Fragen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Ist das Treffen vorbei? Ist das Treffen vorbei? Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Welches ist deine Lieblingslektion? Welches ist deine Lieblingslektion? Ich liebe den Matheunterricht. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. Hast du einen Cousin? Hast du einen Cousin? Ja, ich habe zwei Cousins. Ja, ich habe zwei Cousins. Nein, ich habe keine Cousins. Nein, ich habe keine Cousins. Bist du zum Arzt gegangen? Bist du zum Arzt gegangen? Nein, ich bin nicht gegangen. Nein, ich bin nicht gegangen. Ich werde am Nachmittag gehen. Ich werde am Nachmittag gehen. Wie viele Dollar haben Sie in Ihrer Tasche? Wie viele Dollar haben Sie in Ihrer Tasche? Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Kommst du zum Endspiel? Kommst du zum Endspiel? Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Hast du morgen eine Prüfung? Hast du morgen eine Prüfung? Ja, ich habe morgen eine Mathe-Prüfung. Ja, ich habe morgen eine Mathe-Prüfung. Nein, ich habe keine Prüfungen. Nein, ich habe keine Prüfungen. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Bin ich Informatiker? Bin ich Informatiker? Ich bin ein Bauingenieur. Ich bin ein Bauingenieur. Wer kam nach Hause? Wer kam nach Hause? Michael kam früh am Morgen an. Michael kam früh am Morgen an. Abends kam meine Freundin. Abends kam meine Freundin. Ist dieser Bleistift blau? Ist dieser Bleistift blau? Ja, auch dunkelblau. Ja, auch dunkelblau. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Ist dein Onkel gekommen? Ist dein Onkel gekommen? Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Er kam am Morgen. Er kam am Morgen. Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Lediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Lediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Wie viele Jahre haben Sie an dieser Schule gearbeitet? Wie viele Jahre haben Sie an dieser Schule gearbeitet? Ich habe noch nie an dieser Schule gearbeitet. Ich habe noch nie an dieser Schule gearbeitet. Ich habe nur zwei Jahre gearbeitet. Ich habe nur zwei Jahre gearbeitet. Von welcher Firma sind Sie? Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Wo frühstücken Sie? Wo frühstücken Sie? Ich mache es zu Hause. Ich mache es zu Hause. Normalerweise frühstücke ich nicht. Normalerweise frühstücke ich nicht. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Kannst du mir dieses Bild zeigen? Kannst du mir dieses Bild zeigen? Von welchem Bild sprichst du? Von welchem Bild sprichst du? Es sollte in meiner Tasche sein. Könnten Sie bitte eine Minute warten? Es sollte in meiner Tasche sein. Könnten Sie bitte eine Minute warten? Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Ja, Franz hat alles vorbereitet. Ja, Franz hat alles vorbereitet. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Wohin gehst du morgen? Wohin gehst du morgen? Ich fahre nach Mailand. Ich fahre nach Mailand. Ich werde nach Hause gehen. Ich werde nach Hause gehen. Ich werde zur Schule gehen. Ich werde zur Schule gehen. Wie wirst du Ball spielen? Wie wirst du Ball spielen? Ich werde versuchen, gut zu spielen. Ich bin sehr müde. Ich werde versuchen, gut zu spielen. Wer hat dir geholfen? Wer hat dir geholfen? Niemand außer Michael wollte helfen. Niemand außer Michael wollte helfen. Alle kamen, um mir zu helfen. Alle kamen, um mir zu helfen. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde studieren. Ich werde studieren. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Wie viele Tage hat Michael frei? Wie viele Tage hat Michael frei? Michael ist nicht im Urlaub. Michael ist nicht im Urlaub. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Kommst du gleich? Kommst du gleich? Ich muss zuerst in der Schule vorbeischauen. Ich muss zuerst in der Schule vorbeischauen. Wie viele Kurse haben Sie heute? Wie viele Kurse haben Sie heute? Ich habe heute nur noch zwei Unterrichtsstunden. Ich habe heute nur noch zwei Unterrichtsstunden. Ich habe heute keine anderen Kurse. Ich habe heute keine anderen Kurse. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich bin Amerikaner. Ich bin Amerikaner. Ich komme aus England. In welchem Bereich sind Sie tätig? In welchem Bereich sind Sie tätig? Ich bin im Marketing Team. Ich bin im Marketing Team. Ich bin im Team für Informationstechnologien. Ich bin im Team für Informationstechnologien. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Wann soll ich zu Ihnen kommen? Wann soll ich zu Ihnen kommen? Du kannst kommen, wann immer du willst. Du kannst kommen, wann immer du willst. Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Wo werden Sie Urlaub machen? Wo werden Sie Urlaub machen? Ich glaube, ich gehe nach Paris. Ich glaube, ich gehe nach Paris. Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen. Ich werde meinen Urlaub in Istanbul verbringen. Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Ja, ich werde dich heiraten. Ja, ich werde dich heiraten. Es ist zu früh. Sollen wir noch etwas warten? Es ist zu früh. Sollen wir noch etwas warten? Werden Sie diesen Auftrag abschließen können? Werden Sie diesen Auftrag abschließen können? Ich kann das tun, und ich kann auch einen neuen Job machen. Ich kann das tun, und ich kann auch einen neuen Job machen. Es gibt zu viele Probleme. Es sieht so aus, als ob es nicht fertiggestellt wird. Es gibt zu viele Probleme. Es sieht so aus, als ob es nicht fertiggestellt wird. Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Ja, ich habe die Telefone gesehen. Ja, ich habe die Telefone gesehen. Nur Tommy hatte seine Tasche. Nur Tommy hatte seine Tasche. Wie viele Jahre spielst du schon Gitarre? Ich spiele seit 10 Jahren Gitarre. Ich habe noch nie Gitarre gespielt. Ich habe noch nie Gitarre gespielt. Werden Sie pünktlich im Büro sein? Werden Sie pünktlich im Büro sein? Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Ich komme 10 Minuten zu spät. Ich komme 10 Minuten zu spät. Nein, ich werde pünktlich im Büro sein. Wirst du morgen frei sein? Wirst du morgen frei sein? Ja, ich arbeite morgen nicht. Ja, ich arbeite morgen nicht. Nein, ich muss zur Schule. Nein, ich muss zur Schule. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Ja, ich bin verheiratet. Nein, ich bin Single. Nein, ich bin Single. Wie viele Stunden hast du gelernt? Wie viele Stunden hast du gelernt? Insgesamt habe ich 10 Stunden gearbeitet. Insgesamt habe ich 10 Stunden gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Kann Ihr Team diesen Job machen? Kann Ihr Team diesen Job machen? Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Das müssen Sie nicht einmal fragen. Das müssen Sie nicht einmal fragen. Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, ich werde teilnehmen. Ja, ich werde teilnehmen. Nein, ich war schon einmal dabei. Nein, ich war schon einmal dabei. Was macht Michael gerade? Was macht Michael gerade? Er spielt gerade ein Match. Er spielt gerade ein Match. Er geht zum Schwimmunterricht. Er geht zum Schwimmunterricht. Er geht zum Schwimmunterricht. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Kennen Sie mich? Kennen Sie mich? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Jeder kennt dich. Jeder kennt dich. Ich kenne dich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Wir haben eine sehr berühmte Pizza. Wir haben eine sehr berühmte Pizza. Ich kann Fisch empfehlen. Ich kann Fisch empfehlen. Wo warst du gestern? Wo warst du gestern? Ich ging zur Schule. Ich ging zur Schule. Ich ging zu meinen Eltern. Ich ging zu meinen Eltern. Ich ging zu meinem Bruder. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Sind Sie heute sehr beschäftigt? Sind Sie heute sehr beschäftigt? Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Ich habe fünf Treffen. Aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Wie war das Konzert gestern Abend? Wie war das Konzert gestern Abend? Das Konzert verlief sehr gut. Das Konzert verlief sehr gut. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Wir haben es vor drei Jahren in der Schule gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Werden wir heute ein Treffen haben? Werden wir heute ein Treffen haben? Ja, wir schaffen es in drei Stunden. Ja, wir schaffen es in drei Stunden. Wir werden es heute nicht tun. Wir werden es heute nicht tun. Was ist Ihr Lieblingsessen? Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich liebe Pasta sehr. Ich liebe Pasta sehr. Ich liebe Omelette. Ich liebe Omelette. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich gehe in die fünfte Klasse. Ich gehe in die fünfte Klasse. Ich habe mit der Universität angefangen. Ich habe mit der Universität angefangen. Von wem hast du diese Katze bekommen? Von wem hast du diese Katze bekommen? Das Kätzchen der Katze meines Bruders. Das Kätzchen der Katze meines Bruders. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Ich werde heute nicht gehen. Ich werde heute nicht gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Ich bin noch nicht zu spät. Ich bin noch nicht zu spät. Hat dir der Film gefallen? Hat dir der Film gefallen? Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe diesen Film geliebt. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Nein, es ist niemand im Auto. Nein, es ist niemand im Auto. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Ja, ich habe es aktualisiert. Ja, ich habe es aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Wann stehst du morgens auf? Wann stehst du morgens auf? Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich wache am Nachmittag auf. Ich wache am Nachmittag auf. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Hast du 30 Dollar? Hast du 30 Dollar? Ja, ich habe 30 Dollar. Ja, ich habe 30 Dollar. Nein, ich habe keine 30 Dollar. Nein, ich habe keine 30 Dollar. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Welchen Monat haben wir? Welchen Monat haben wir? können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Was denkst du über dieses Spiel? Was denkst du über dieses Spiel? Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Kann ich zwei davon kaufen? Kann ich zwei davon kaufen? Ja, du kannst. Ja, du kannst. Nein, ein letzter ist noch übrig. Nein, ein letzter ist noch übrig. Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Sie werden nach mir suchen. Sie werden nach mir suchen. Welche Wörter hast du heute gelernt? Welche Wörter hast du heute gelernt? Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Kannst du Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch sprechen? Nein, ich spreche nicht gut Deutsch. Nein, ich spreche nicht gut Deutsch. Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich kann Türkisch und Deutsch sprechen. Ich kann Türkisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Französisch sprechen. Ich kann Englisch und Französisch sprechen. Was ist unsere Mission? Was ist unsere Mission? Beende dieses Spiel schnell. Beende dieses Spiel schnell. Blockieren eingehender Spieler. Blockieren eingehender Spieler. Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Das wäre toll, sollen wir ein Picknick machen? Das wäre toll. Sollen wir ein Picknick machen? Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathehausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Willst du essen? Willst du essen? Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Ja, ich bin sehr hungrig. Ja, ich bin sehr hungrig. Präsident, haben Sie Fragen? Präsident, haben Sie Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe keine Fragen mehr. Werden Sie fortfahren? Werden Sie fortfahren? Versuchen? Ich habe einen √W-3.